Stopp. Ja, jetzt hat er beides. Er hat euch beide, bruh. Näääääääääääääääh. Na, aber Ellie hat ihn dort. Ellie überlebt. Mann, diese ... Mann... Achtung, erst stopp. ... so, reagiert jeder immer 10 Minuten später ist er auf Kreuzen. Alter Ellie, wieviel HP. 3. Ellie, jetzt überlebt. Bogen hat mich getroffen. Nein. Ja, du hast den wenigstens da. Aber Nonnyko ist jetzt oben. Sag ich so? Da merken die Leute, wir haben einfach nur Spaß in mir. Hat er ein Siegel bekomme? Ahh! tschüss Leon wenn so ein vollgespampt ein Konto hatte ich noch nie shoppt gerade abtacke so lächerlich mann ich werf in den Villager ha 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 nee oder ja ne ist er down ja ne er ist nicht down sag das doch ne er ist da oben ne er ist da oben ja hey man ich hab kein bock mehr Bett, Bett, Bett vorne wie viel Pech kann man den haben dass man genau da rein wirft Jungs sie gehen rauf oder? ja ne ja sie gehen rauf haben wir noch ein Bett ja ich hab nicht ey Ben wollen wir mal ein Britschbett machen? schön jetzt kommt gleich Double MLT jetzt seid ihr dort sitzen jetzt sind beide sogar ich hab bisher zwei Sachen gemacht ein Tobi weil du vielleicht gleich meine Hauntingsteile nehmen musst was on time geht nicht mehr ein Bett direkt oh mein Gott sag wenn sie springen, sag wenn sie springen und MLT machen ja sag wenn sie springen nein zwei rechts zwei rechts ja ausgekontert da oben hab's ausgekontert hab's ausgekontert ich hab die IC äh warum hast du ne Rettungsplattform? hi für TNT, für TNT zum Auskontert TNT Digga aber Bogen hat mich runggeschossen ja okay Jungs werf mal Warp runter bitte danke bett offen bett offen mt 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 bett zu schön eine noch, eine noch eine noch jungs perfekt gemacht perfekt gemacht das war wunderschön jungs einer der lebt noch glaub ich der Nähähähähäh passt der ohne witz ist richtig gut jungs richtig gut also einfach nice gespielt von uns so nice gecoyled so nice gecoyled von wo kam der jungs ist hat sich echt alles gelohnt ich schwöre ich bin hat ihn ist die ganze die falsche nachteile der ist in dem der ist in dem der ist in dem und das blieb auch digga ich bin so low ich war trotzdem so low 052 einmal nach Norden einmal nach Süden komm 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 hier sind es perfekt aus ich denke dass ich gleich einmal G machen werde auf die energies drauf sehr schön sehr schön Jungs unten unten liegt einer oh mein Gott digga Rettungsplattform OP der unten ist down Jungs unten ist down auf Chessloot ha digga nicht mit mir Jungs die gehen jetzt auf Chessloot pass auf hab ihn runter geschossen Jungs die können nichts mehr machen man die sind ne die sind da man ich hab einen runter ich hab einen runden schön ich kann den block nicht auf hey hey nicht hoch gehen nicht hoch gehen bleibt unten hey unten bleiben unten bleiben ich hab einen unten hey Jungs was scary hier pass auf die nocken die nocken einer spammt die ganze Zeit nach oben einer spammt durchgehend einfach nach oben super sich springen nein ich glaub was hab ich gespackt wer hat sich jetzt von uns gewappt ja Jungs das war noch mal knapp Jungs das war noch mal knapp